Ich müsste das vielleicht irgendwie hier rüber ziehen. Aber von hier aus kann ich das Ding ja nicht anvisieren. Und von hier kann ich es ja, ich schiebe es ja einfach nur wieder hier rüber. Äh, falsch. So, okay. Das haben wir schon mal. Oder doch die Seite hier. Ach! Ah! Stimmt, klar. So habe ich das hier... Aha! Habe ich schon wieder voll vergessen. So, das heißt, ich ziehe es jetzt zu mir. So. Zack. Du, 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 du. Paff! Okay. So, geh jetzt hier hoch und probiere... Ach so. Ne, das war jetzt natürlich scheiße. Aber von hier? Ne, war... Ähm... Ich muss einfach mal... Einfach mal probieren. So. Und zwar probiere ich jetzt so von hier. Von hier aus... Ja, wenn ich jetzt hier hoch springe, dann geht das ja wieder da rüber, ne? Ja. Aber ist ja richtig. Ach, ist ja richtig. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich mir da mal gedacht habe. Jetzt kommt... Ich dachte, ich würde der Star in meinem eigenen verdammten Echsen fällen. Aber es kann ja nicht immer alles klappen. Hast du? Oh Gott. Clara. Ich kriege es nicht los. Ja. Wusch. Au. Okay. Der schafft. So, und jetzt muss man... Gut gemacht. Alex. Alex. Oh Gott. Ich muss da reinkommen. Alex. Ich hole dich ganz schnell da raus. Okay. Jetzt den Weg freiräumen. Machen wir. So. Und... Auf welcher Schienen sind wir denn jetzt? Okay. Jetzt muss ich das wieder irgendwie... Ich schätze mal... So. Okay. Und jetzt wieder hoch. Ah, das war jetzt zu weit, ne? Achso. Moment. Dann... Jetzt zurück. Und dann in die Mitte rein. Genau. Schon mal gut aus. So. Stopp. Jetzt von hier. Na. Ich hab das Prinzip verstanden. Und jetzt von der anderen Seite wieder ziehen. Wo ist denn mein Ding? Hier. Zack. Los und drücken. Bam. So. Und irgendwas kommt jetzt bestimmt noch. Oh Alex. Du hast das Werkzeug. Wow. Ich hab mich beeindruckt. Oh Gott. Tut mir leid. Gut. Das war's für mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr. Ah. Was machst du denn? Du bringst uns nach oben. Na toll. Kommt nicht mehr raus Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen ziehen auf uns. Geh. Jetzt. Oh. Jesus. Alex. Wow Okay Was 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 X Halten Cool Okay das war's dann wohl mit dem Schiff Es darf niemand mehr sterben Tja Was soll ich dazu sagen Okay Wieder einer weniger Bald sind wir alleine würde ich sagen Allein Allein Ach hier liegt ja immer noch Mr. Klops So Okay wir haben das Werkzeug Unsere Ah hier sind noch Pfeile So wie komm ich denn Hä wie soll ich denn das vorhin hier nicht gesehen Oder sind die Ach die sind wieder neu da Okay Seit wann spawn Seit wann spawnt denn die Munition wieder neu Hm Ich muss ja gleich nochmal einen Blick riskieren hier Okay Hey kann ich da hoch Komm ich da rein Komm ich da rein Das würde mich ja jetzt mal interessieren Ich muss da mal grad gucken Ah sieht aber nicht so aus Da sein können So was Verstecktes Ah ja Jut Dann machen wir uns auf den Weg Das ist voll cool mit dem Ding hier Hm Jetzt muss ich grad mal Die Aussicht grad mal hier angucken Ah Ach ne Da ist ja unser Schiff Hä wo war ich Oder war das Hä Jetzt bin ich verwirrt Ich dachte das Schiff wäre grad untergegangen Ach keine Ahnung So So Das heißt wohl Ah Okay So Ach Moment mal Jetzt kann ich jetzt das Das Ding da mit diesem Äh Ding da runterschmeißen Irgendwie Äh Mal gucken Tatsache Jetzt macht's auch Sinn Warum das da vorhin Ähm Geleuchtet hat So Ein altes Tagebuch Feldbericht der Expedition Die monatelange Ausgrabung Hat zumindest neue Informationen Über die Wetterphänomene gebracht Die diese Insel im Griff haben In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste Haben wir das Grab eines wichtigen Generals Aus der Kamakura Periode gefunden Dieser Fund Ist das fehlende Puzzleteil Damit werden wir endlich die Kontrolle Über die Stürme übernehmen Die Arbeit in den Ruinen Hat die Oni alarmiert Sie sind wütend Wir müssen zum Kloster Zur Ritualkammer Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden Erfolg oder Scheitern Gut Genau Nimm mit Bestimmt eine Maschine Die das alles macht So Wo bin ich denn jetzt überhaupt Ich bin jetzt irgendwo Hier in so einem Ah Nee Nee Okay Ach jetzt bin ich Ah Jetzt bin ich hier Okay Das war dann die Tür Die ich vorhin Oder vorhin Beim letzten Let's Play war das glaube ich Ähm Nicht aufgekriegt hab Jut jut So Ist hier dann noch irgendwo was Dantadantadam Ne Scheint nicht so Oh Aber irgendwas erwartet mich doch bestimmt Hier noch Ah Ähm So 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 Und jetzt hab ich Power Bam Ist voll geil mit dem Ding So krieg ich ja alles kaputt Oh hab ich das hier schon gesehen Nee Neue Herausforderung Oh ich glaube ich hab das ein bisschen Zu spät Gemacht Na gut Äh So Wo bin ich denn jetzt hier Da ist ne Kiste Also kann man nicht von Einzigartig sprechen So hier haben wir noch ein Bischchen Oh So Was haben wir hier Hm Komplette Karte Cool So So Ob ich irgendwie da rüberkomme boh So I I